Halli, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Haunting Ground. Ja, Haunting Ground mit mir, der Lena. Und wir haben einen neuen Begleiter gefunden. Und zwar Huey, der kleine, süße, weiße Schäferhund, ist jetzt an unserer Seite. Ja, der beste Freund des Menschen. Ich freue mich riesig. Gibt's hier noch was? Nein, geht's nicht weiter. Dann komm! Ja, ist ja feiner. Na los! Nein! Das kann doch lustig werden, diesen Hund zu erziehen. Absolut. Und dafür, dass er uns immer folgt, kriegt er auch ein Lob. Gibt's Good Boy! Ja, was können wir denn hier noch tun? Ach ja, bevor wir hier irgendwo hingehen, können wir auch mal unten gucken. Ja, er folgt uns. Gut. Äh, wo war das denn? Komm mal mit Huey. Ähm. Es ist ein bisschen dunkel hier, ne? Hier. Genau. Das ist böse. So. Ach. Er gehorcht mir einfach nicht. Kann das? Go, Huey. Yeah. Go, Huey. Ja. Good Boy. Go, Huey. Ja, ja! Sei ein braver Hund! Schieb die Kiste weg! Oh. Jetzt hat mein Handy gebümmelt. Das gibt ein Lob. Wo bist du? Dein dickes, fettes Lob. Du warst ein braver Hund. Ganz brav. Schieb die. Ja, wir sind hier an einem Übungsplatz für diesen Hund. Mhm. Und hier liegt was. Ich glaub, ein Ball ist das. BAU! Können wir Huey, äh, Dingsen und so, abwächtig stummeln. Go, Huey. Und hier, nochmal vor, da. Go, Huey. Bist ein braver Hund. Bist ein ganz braver, du, bist ein. Good Boy. Good Boy. Und ich glaub, da fiel was runter. Viola-Medaillon. So, guck mal, das ist ein Schweine-Medaillon, lecker Schweine-Medaillon. Oh, ne. Go, Huey. Hier. Och, er ist so brav. Du, du hast einfach nur eine Streichel-Einheit verdient. Good Boy. Ach, Huey, an deiner Seite fühle ich mich so wohl. Was ist hier noch? Kann er rüberhüppen? Go, Huey. Ähm. No. Du sollst hier rüberhüppen. Go, Huey. Ach, dat macht so Spaß, die Uner-Erziehung. Was ist hier noch? Was ist das denn hier? Doch ne Vase zum Zer-Dass. Was ist dat denn? Ein Dörrind. Schön. Wäre bestimmt ein schöner Garten. Haben wir's? Ja, komm. Dann hauen wir wieder ab. So toll ist es ja hier nicht. So viel trainieren kann man mit dir ja nicht. Du bist ja ein ganz braver. Das weiß man ja. Boah, ist das hier dunkel, ey. Ich seh gar nichts. Tut mir leid, wegen der Video-Qualität. Komm. Aber das ist leider so. Kann ich jetzt auch nicht so großartig ändern. Äh, ich hoffe, er verzeiht mir. Wenn nicht, dann ja. Hab ich halt Pech. Ja, und jetzt komm. Ähm. Ich möchte speichern. Äh, ja. Über diese hier. Ja. Oh, ich will hier gar nicht lang. Wo muss ich denn nochmal lang? Ach ja, ich glaube hier. Hallo? 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 Was ist mit dem los? Oh, das wollte ich gar nicht. Ähm. Wo gehe ich denn am besten jetzt lang? Ich glaube, der Dicke kommt mir nicht in die Quere. Auf den hätte ich ja jetzt gar keinen Bock. Aber immerhin können wir uns ein bisschen wehren. Mit dem Hund. Und ich werde schon wieder so leise, weil ich langsam wieder paranoid werde. hier lange kann ich so leise, weil ich Angst habe, dass er nicht kommt. Und ja. Oh, er macht alles auf Anhieb. Ich bin so stolz auf unseren Hundi. Äh, Albummedaillon. Das weiß ich alles noch vom letzten Mal. Und da springt der uns in die Kamera rein. Das finde ich schön. Wir müssen hier sowieso lang. Glaube ich. Zub, 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 zub. Oh ja, ich, ich komme gleich und dann lobe ich dich. Oh mein Gott, es ruckelt und ruckelt und ruckelt und ja. Und jetzt, äh, sag mal ja. Oh Gott, es ruckelt sehr. Ach, schön. Hier mein Virenprogramm. So, na, da. Oh Gott, come on. Ja, Moment. So. Jetzt kannst du doch wieder weiter gehen, ne? Sollte aufhören, so komisch wie Kali zu reden hier. Wie ein Eierkali. Ähm, ja. Ähm, ja, ja, ja. Dab, da, 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 zerbrochene Meda... Ich will mal Medaillon sagen. Zerbrochene Marionette. Die Tür ist auf. Wir haben unser erstes Rätsel gelöst. Wir sind so tricky, tricky schlau. Ne, ne, ne. Hund, wo gehst du hin? Ich will nicht, dass du da hingehst. Ähm, wir gucken uns mal den Raum an. Der verdammt tricky ist. Oh Gott. So, dort durch mal... Oh, schreibt euch das an. Come on. Jui. Oh. Oh, was ist denn Jui? Jui scheint irgendwas zu wittern. Ob das mal nicht ne Falle ist? Ah, ja, 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 ja. Ich glaube schon. Ich werde euch das mal zeigen, aber vorher will ich speichern. Ähm. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu doof, wenn ich jetzt hier sterbe. Ja. Dann komm mal mit. Ich zeig euch jetzt, wie man hier stirbt. Wie wunderschön das ist. Und zack. Oh, das ist so gruselig. Schmerzhaft für Fiona. Au, au, au. Das Spiel ist übrigens ab 16. Ja, und sowas wie Gungrave ist ab 18. Merkt er was? Finde den Fehler. Acta est fabula. Ich glaube, das ist Latein oder so. Das ist bestimmt parisisch. Äh, keine Ahnung. Ich hab kein Latein jemals gehabt. Also, denk ich mal, es ist Latein. Ja. Ja, wir sind tot. Ja. Ja, ja, aah. Das hab ich natürlich jetzt mit Bedacht gemacht, weil ich weiß, dass man da sterben kann. Was ich natürlich direkt getan habe, so. No? Das ist Bescheid. Schluss Korrelor. Spieldateien ab. Voll gleich geladen. Ja. Ja, und deswegen müssen wir irgendwie versuchen, um diese Falle herumzutänzeln. Hm. Was ich eigentlich mal machen könnte, ist... Ja, ich bin doof. Ja, da... Ja. Come on. Ja. Das werden wir erstmal noch tun, weil man weiß ja nie... Oh Gott, ich hab mich jetzt erschrocken. Ja, Jui, du musst mal kurz hier warten. Ich hol dich gleich zurück. Ich hoffe, dass mich kein fetter Psychopath überrascht. Aber ich will mir noch kurz eine Platte drucken an dieser Maschine, an dieser Schreibmaschine. Ja, und dann bleib mal hier kurz sitzen. Ich komm gleich wieder. Tante Fiona beeilt sich hoffentlich auch. und wird von keinem fettigem Fettsack überrumpelt. Das fände ich jetzt nämlich total unsexy. Ich möchte mir eine Platte drucken. Und zwar... Was war das? Was war das jetzt? Na, na, na. Ja, da wir eine zerbrochene haben, werde ich mir erstmal eine neue drucken. Oh Gott, ich mach mir gleich in mein Höschen. Die Tür ist zu. Oh! Boah, ich will so schnell wie möglich zu meinem Hund. Jetzt sofort. Ah! Scheiße, und wie gleich. Ah! Ich fühle mich richtig nackt ohne meinen Hund. Wo ist der übrigens? Hab ich nicht gesagt, ich werde drauf sitzen bleiben. Kann der nicht einmal auf mich hören? Oh. Und? Come on. Wo ist der? Wo ist der? Hä? Wo kommst du denn her? Ja, du bist schon ein Brava. Hast schon das Rätsel erkannt, was? Das Rätselslösung. Ja. Ich will nur mal kurz, und ich hoffe, mir kommt da keiner in die Quere, das Badezimmer hier aufschließen. Weil ich das letztes Mal vergessen habe. Benutzen. Da es hier auch etwas Nützliches gibt. Zum einen gibt es hier dieses trendige Versteck hinterm Duschvorhang. Wie im Psycho. Und, äh, ja, aus dem Weg. Hier gibt es auch sowas. Kamille. Und, äh, ja, hier habe ich mich ganz oft immer versteckt. Und dann wurde ich auch manchmal gefunden. Hier kann man seine Lebensenergie wieder auffrischen. Ob das Wasser wohl trinkbar ist? Also, ich würde das ja nicht trinken. Aber besser als gar nichts, ne? Status wieder hergestellt. Erholungspunkte. Suche einen Erholungspunkt, damit sich Fiona von ihrer Panik erholen und ihre Lebenskraft vollständig wiederherstellen kann. Beachte jedoch bitte, dass Erholungspunkte nicht benutzt werden können, während man vom Feind verfolgt wird. Erholung. Pissoir, Toilette. Erstmal schön, äh, ne? Und hier kann man sich auch in die Kabinen verschanzen, obwohl, die sind auch, sogar der fette Psycho ist so schlau, dass er da nachguckt. Also, klappt nicht wirklich. Aber, ein Versuch ist es immer wert. Und jetzt möchte ich auch an dieser Stelle aufhören, weil ich wieder langsam paranoid werde und Geräusche höre. Und auch die 15-Minuten-Marke überschritten ist. Aber erstmal möchte ich mein Hühnchen hierher holen, weil ich mich ohne Hühnchen richtig nackig finde. Wo ist er denn wieder? Hier. Ja, wo ist das denn? Und. Komm. Boah, sei doch einmal brav. Los. Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt kriegst du aber. Nein. Komm schon. Ja. Good boy. Du bist nur brav, wenn du mir auch gehorchst. So, und jetzt möchte ich auch speichern mit dem Hund an meiner Seite. Ach, ich fühle mich so gut. Ja, und dann würde ich auch mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gegruselt. Mich gruselt dieser Puppenraum extremst. Und wir werden das nächste Mal dieses mysteriöse Puppenrätsel dann auch lösen. Also, bis zum nächsten Mal bei Haunting Grounds. Tschüss. Tschüss.